jo leute coolcracker fireworks wieder am start für euch und heute gibt es hier mal einen kleinen vergleich zwischen zwei verschiedenen leuchtkugel rohren mit dabei ist hier der böse chef von leslie der hat 100 schuss und eine nem von circa 19 gramm eine brenndrohr von 22 sekunden eine effekthöhe von 8 metern und das feuerrohr von panda hat ebenfalls 100 schuss sonst würde der vergleich ja keinen sinn machen und eine nem von circa 30 gramm ja da werden wir dann mal sehen ob die neem wirklich immer so viel über den effekt aussagt und was dann rauskommt das werden wir jetzt natürlich sehen im test und da wünsche ich euch jetzt hier viel spaß bei diesem vergleich los geht's böser chef von leslie ja das war schon mal ganz nett für die größe und jetzt hier direkt dagegen das feuerrohr von panda ebenfalls in 100 schuss ja ja Ja, das fand ich auf jeden Fall besser. Sehr cool. Bis zum nächsten Mal.